Einverstanden. Einverstanden. Jo, ne, werf doch klar. Jo. Du alte Ghetto-Tante. Ja, ja, die Alice. Die ist krass drauf, ey. Jetzt, im Nachbarhaus sind viele. Oh, was hat der denn für eine scheiß Fickwaffe? Du warst, du kleine Gummifotze. Ja, ist keine Gummifotze, ich weiß. Läuft noch einer. Ah, oben auf dem Dach. Da läuft sie. Lotte, mach dir doch fertig. Ja. Hier landet noch jemand. So, und du? Hier, im Räumchen. Hier, im Räumchen. Hey, Ness, hör doch, mein Kill. Ich hab mir das Schwodbinde gekillt. Ach. Schwodbinde war. Höh. Gegenüber im anderen Haus. Schild-Break. Schön, dass ihr mitschießt. Jo. Lotte. Max. Schnell. Hallo. Hallo. Ich fände vom anderen Haus. Von wem. Wir haben dich ganz schön zugerichtet, vom Räumchen. Oh, vom anderen Haus. Da sind wir ganz schön in der Zange. Also der da drüben hatte Schild-Break und wurde auch gerade nochmal angehittet. Wie gut. Du wirst von einem feindlichen Team verfolgt. Sei vorsichtig. Geht doch da durchs Fenster, ey. Einer ist jetzt auf dem Dach. Einer ist direkt über uns auf dem Dach. Einer ist direkt über uns auf dem Dach. Hatte man noch Dach? Nö. Wir haben gar nichts. So, Erzschlag-Sensor sagt nur in dem Haus mit dem Turm. Scheiße, ich auch. Und Prison-Dach. Im Haus mit dem Turm drei Leute. Ich habe nicht keiner. Ja, ja. Sonst hätte ich den hier auch gerade gesehen, Lotte. Ja, ich habe keine Munition mehr. Die kommen. Einer ist eliminiert. Schotzen-Munition? Da kann ich schon was abgeben, ja. Ich habe nichts. Schotzen-Munition. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Das war das Falsche. Aber toll. Hab hier groß, Herr Lieber. Schotzen-Munition. Keine Ahnung. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Hallo. Mach doch weiter. Auf dem Dach gelandet? Ja, direkt über uns. Direkt vor dir, Lotte, jetzt. Einer K.O. da drüben, oben im Fenster. Haben wir genug Geld eigentlich, oder? Nicht ganz, nee. Ah, im anderen Haus. Ja, Max muss mir noch leben. Drüben im anderen Haus. Wenn wir die holen, dann haben wir genug Geld. Das ist der Plan. Achtung, hier kommt noch einer. So, wollen wir kaufen? Nein, Lotte, du bleibst jetzt hier oben. Mann, Mann, hier mein Geld. Kauf. Max, hier Platten für dich. Nein. Wer, wo? Hallo? Hallo. Ja, hab ich jetzt auch gesehen. Ich hab gekauft. Ich hab gekauft. Ich seh hier keinen Marker, doch da. Hast du's gut gemacht. Ist das eine Hektik, ey. Hier, nehmt euch noch hier eine Plattentasche. Hier, nehmt euch noch hier eine Plattentasche. Oh, meine Schrotze. Gasmaske, sehr schön. Ach, die ist oben. Das ist Selbstmord, was wir hier machen, ey. Scheiße, ich hab zwei Waffen für die Nähe. Hier landet noch jemand. Ja, Prison Dach. Ich geh nochmal ins andere Haus, das ist mit dir, gell? Ja, da ist einer, da ist einer. Ja, dann kommt mit. Ich bin, komme. Oben ist keiner. Sechs Meter. Ist ein Dach, vielleicht. Hier ist einer drin. Haben wir jetzt hier? Ja, auf dem Dach. Irgendwie auch einer drin. Ich zieh der Platten an. Max. Nee, okay, auf dem Dach. Prison Dach müssen die jetzt runter. Im anderen Haus. Oder auf dem Dach. Eins von beiden. Ich bin irgendwo einer gelandet. Im anderen Haus. Oder auf dem Dach. Da drüben. Auf jeden Fall. Auf dem Dach bin ich. Auf jeden Fall hier im Haus. Bei Orange. Muss jetzt auch raus. Der kommt. Von wo? Oben oder was? Unten? Nee, ich dachte, der kommt rein. Achso, nö, nö, nö. Der muss ja zu uns kommen. Der ist unten. Wir müssen jetzt hier bei euch reinkommen. Sheet break. Alter. Geh doch mal da hoch. Oh Mann. Hier ist noch eine Gasmaske. Alles nachladen, ne. Nicht vergessen. So, Prison Dach müssen die jetzt auch alle runter. Gehenüber sind zwei. Einer K.O. da drüben. Mehrere Schildbreak. Last down. Einer ist down. Oben drin, bei uns. Geh uns da oben weg. Ah, hier unten links. So, schön ruhig bleiben. Im Haus mit dem Turm. Die kommen jetzt alle runter hier. Ja, hier. Gibt nur noch zwei Gegner in verschiedenen Trupps. Also, chillt. Gibt nur noch einen Gegner. Oh, nice. Ich bin alle noch Gas gestorben. Ja, gefällt mir. Na dann. Das ist doch, das ist doch, das ist doch, das ist mal ein geiles Video. Sehr gut. Ich glaube, da können wir uns alle gratulieren. Welche Schrott sind am Anfang gefunden, aber auch ein Segen gewesen. Ich hab dann auch so, ob du den Arsch gerettest. Was eine Runde, ey. Boah. Wie in einem Film, oder? Ständig irgendwas zu tun. Ständig. Keine Verschlaubspause. Immer. Ah, da. Nein, da. Und richtig cool. Uh, mein Herz. Geil. Schön. Schön, schön. Zwei Kills? Zwei Kills? Bei der ganzen Arbeit, die wir da hatten.